Okay, dann macht Urlaub fahren noch mehr Spaß, würde ich sagen. Ich darf das ausbauen? Ist erst. Okay. Das ist das eigentliche Gerät? Das ist das. Cool. Meine erste Nacht mit dem neuen Racemade R-Mini steht bevor. Ich habe das neue Gerät mit meinem iPhone verbunden. Die Einstellungen für Smart Start und Smart Stop habe ich auf Auto gestellt, sodass ich beim ersten Atemzug das Gerät einschaltet und beim Abziehen der Maske das Gerät automatisch ausschaltet. Der erste Atemzug schaltet das Gerät ein und das Gerät zeichnet alles auf und man kann es am nächsten Morgen mit der App auswerten. So, die erste Nacht ist rum. Ich fühle mich eigentlich nach der Nacht sehr gut. Ich bin ausgeschlafen. Die App habe ich jetzt auch ausgewertet. Sie zeigt mir alles an, was in der Nacht passiert ist. Eine Gesamtpunktzahl von 89 von 100 habe ich erreicht. Wir haben Sonntagmorgen, 37. Ich bin leider früh Aufsteher. Ich habe die vierte Nacht mit meinem Racemade R-Mini verbracht. Ich fühle mich ausgeschlafen und fit. Und wir werden heute den Tag ruhig angehen lassen, spazieren gehen. Das Wetter soll schön werden. So, ich bin jetzt am Ende der Testreihe angekommen. Vier Wochen Testphase mit dem neuen Racemade R-Mini sind beendet. Ich bin sehr zufrieden mit dem Gerät. Das Gerät ist sehr leise, sehr klein, kompakt. Für Urlaubsreisen sehr zu empfehlen und sicherlich auch gut im Handgepäck zu verstauen. Die Schlaftherapie war sehr angenehm. Ich bin ausgeschlafen und eigentlich sehr zufrieden mit dem neuen Racemade Gerät.